Eulenproduktion Und hinten rechts, hinten rechts Stopp! Weiter rückwärts, weiter rückwärts, weiter rückwärts Wollen wir sowas freuen? Gute los Und Fahrzeug halten Weiter Beschluss der Frontliege halten Checkt für Infanterie Checkt für feindliche Panzer Mach mal einen A-Z-Marker, ich guck mal auf die Reichweite, stimmt A-Z-Marker, ist ein Tank Er weiß nicht 1700 Meter, geht aber nur 1000 1700 Meter, geht nur 1600 Vielen Dank T-Ga, du hast einen Panzer links überm Berg Links überm Berg Links überm Berg 180, 170 wahrscheinlich Verstanden, verstanden Auf den Aufklärer wieder Hinter uns aufm Berg Hinter uns aufm Berg Links Fahrer rückwärts Ja Fahrzeug geplatzt, dankeschön Weiter vorne, nach vorne ziehen Nach vorne ziehen Der Aufklärer geht diagonal hoch Seht ihr das? Ihr müsst da pushen jetzt, nach vorne Was hat der Typ gesagt? Bei Move Marker Wiederholen bitte Wir sind alle im Süden Ja eben Wir sind jetzt pushen da Wir müssen die Leute da eben Irgendwas bei C4 meint ihr Ja, ich weiß Und das Bei C4 Macht Move, Macht Move, Vorwärts Marsch Vorwärts Marsch Vorwärts Ja, das hat sich angehört wie eine Rakete Vorwärts Marsch Bis zum Move Marker Bis zum Move Marker Bis zum Move Marker Bis zum Move Marker Vorwärts direkt vorwärts Vorwärts Direkt vorwärts Wir müssen auch einen Pfadkämpfer Und die Linksseite ich auch Und die Linksseite ich auch Wieder gegen push Rechts zum Graben, rechts zum Graben Panzer Halt Rechts zum Graben Rechts zum Graben Ja, hier links vorne noch einer Achtung Boiler Direkt vor euch Im Graben Halt, Fahrzeug Halt, Fahrzeug Stopp, Stopp Down Boiler Pushen, pushen, pushen Vor uns AT Vor uns AT Fahrzeug Halt Fahrzeug Halt Rauch ist geschlossen Wir sind nicht mehr Wir sind nicht mehr Reinhalten, reinhalten Aufstehen Ich hab auch Bewegen John Paul Bitte bewegen John Paul Bitte bewegen Nee Also eigentlich Gibt's glaub ich jetzt warum Wer schneller ist Weil Die haben ja Alle Leute Alles gut, alles gut Bleib stehen Nichts Bewegen Wir sind vorne Von vorne Von vorne und links hinter Bewegen Links sind wir Weiter feuern Ja eh Gleich nicht so gut Die Fläche gar nicht so aus Die Fläche sind gar nicht so ausgeschaltet Links nach oben, aber ich kann mich sehr gut fliegen und fliegen. Weiter dran, weiter, weiter, weiter. Die Häuser, die Häuser. Nicht nach rechts schießen, nicht nach rechts schießen. Es tut uns leid, es tut uns leid. Da sind Freunde rechts, hast du die Marker nicht anfallen? Da ist ein Gegner reingelaufen, ich wusste nicht, da welche sind. Vorne Panzer, vorne Panzer, vorne Panzer. AP LAN, AP LAN, AP LAN, Seitenschuss, Seitenschuss. Seitenschuss. Ja, 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 das war HE. Seitenschuss, Seitenschuss. Ja, 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 ich bin dran. Schießen mit, ich bin antitank. Sauber, sauber. Panzer ausgeschaltet. Sehr gute Arbeit, Leute, sehr gute Arbeit. Fahrzeug weiter vor, Fahrzeug weiter über, bis zum Fahrzeug weiter vor. Danke für die Reparatur, Leute. Vielen Dank für die Reparatur. Ja, wenn wir das jetzt machen, dann ist das mit dem Marker, das sieht das aus. Okay, halt, halt. Stopp, stopp. Ach, zu spät mit dem Bombing One. Wir gewinnen. Danke schön, Leute. GG. Links. GG. Ja, hab's gesehen. Okay. Ah, shit. So, wir waren toll, wenn ich dich angeschrieben hab. Ist nicht schön. Ja, verstehe. Wie heißt der noch? Eulen, OneE7 oder so, ne? Ja, Eulen und dann... Wie schaffen wir denn unser... Unser Clan-Tag. OneE7 da.